Hey Leute und herzlich willkommen bei TragenSangOnline. Ursprünglich sollte das Video eigentlich komplett vertont sein, aber ich habe ein paar Einstellungsfehler gehabt oder ein paar Probleme, weil ich noch ein Kabel angesteckt hatte für die Lautsprecher am Monitor und deshalb hat es nicht aufgenommen, meine Stimme eben. Und deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, einfach kurz euch das mitzuteilen und das Video habe ich im Hintergrund etwas bearbeitet, so dass das Öffnen von 100 Cubes schneller abläuft. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, bis dahin, tschüss, euer Xardas. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, bis dahin, tschüss, euer Xardas. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, bis dahin, tschüss, euer Xardas. Ja! Ha 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 Yeah 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 No There Oh Yeah 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 Oh Yeah More He Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.